Hier, kleine Erfindung von mir. Und, gefällt's dir? Meine Erfindung? Schmeckt riesig. Mädchen warten auf'n Bus. Richtig. Das sind nicht nur Mädchen. Das sind Mädchen, die auf'n Bus warten. Wink mal. Na los. Guck mal, diese toppen Typen da, mit diesem toppen Golfkombi. Der Golf ist echt top. Der wiegt bestimmt 1100 Kilo. Genau. Und der eine da, ist das nicht der geile Hans, der den Kaffee erfunden hat? Ja. Aber der andere ist total süß. Der ist irgendwie so... geheimnisvoll. Geheimnisvoll? Ja, was weiß ich. Die doch gesagt. Ey, Fernandez wird euch drüben im Park aussehen. Bisschen flott.